Du redest mit einem Menschen, sagst etwas vermeintlich Falsches und wirst urplötzlich angeschrien Oder schlimmer noch, die Person wird dir gegenüber handgreiflich Ist das mit der Aggressionsstörung wirklich so einfach und runtergebrochen? Chat, 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 ey, ihr seht das, ne? Oder steckt tatsächlich mehr dahinter? Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen, boah, dieses Spiel Viel Spaß mit dem Video Ey, Mods, bitte Timeout, jeden, der triggern will Ganz kurz, Mods, Timeout, bitte jeden, der triggern will Ich kann das gerade nicht, ich schwöre, ich kann das gerade nicht Ey, nein, guck mal, chat, 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 chat Ey, ihr seht das, ne? Ey, oh Übersteiger und dann in den Mann rein Übersteiger, aber dann in den Mann rein Du scheiße Guck mal, er tagt den Ball ab Aber er fällt den so scheiße ab Dass er mal einfach wieder gezuckt Nein, 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 nein JEDER 2. BALL Geht, geht, kann spielen Und er läuft mit Diaby durch Er hat 99 Pace und er läuft einfach durch Guck mal Ja, Zeit, Bro, Zeit, ja, Zeit, Bro, Zeit Jetzt Hier, hier, guckt Bitte Ja, ja, er hat den Ball Er hat den, er hat den Hängt den Ball ab Wieder zu deinem Spieler Okay, okay Hier, hier Aufwärter her Hab ihn, hab ihn doch Hab ihn doch abgefangen Er ist gebracht Er ist gebracht Gut, liebe Gut, liebe Gut, liebe Gut Jahre, ihr知er Was Bis zum Wenn Bilder . Untertitelung. BR 2018